Was ist DENTA Prime? DENTA Prime, die Leute sind alle sehr nett, kommunikativ. Im einen oder anderen Fall, wenn es mal Sprachprobleme gibt, das wird problemlos gelöst. Also ich bin zufrieden. Sehr gut, sehr kompetent. Ich war wirklich überrascht, weil zu Hause hat man mir zuerst gesagt, ja was, du traust dir nach Bulgarien zu gehen? Und ich war überrascht, was hier alles abgeht. Das war super.